Power BI Desktop Anmeldeformular deaktivieren Beim Start von Power BI Desktop wird ein Anmeldeformular angezeigt. Sie können dieses Anmeldeformular natürlich ausfüllen oder sich mit Ihrem bereits vorhandenen Power BI Konto anmelden. Sie können aber auch dieses Anmeldeformular umgehen, indem Sie zuerst angeben, dass Sie bereits ein Power BI Konto besitzen und dann die Anmeldung einfach abbrechen. Anschließend öffnet sich Power BI Desktop. Eine zweite Möglichkeit ist, über einen Registrierungsschlüssel dauerhaft dieses Anmeldeformular zu deaktivieren. Der Wert 0 deaktiviert diesen Dialog. Falls Ihr Fragen dazu habt, hinterlasst mir einen Kommentar. Ich werde Euch antworten. Tschüss und bis bald.